Musik Das war's für heute. Drei, 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 zwei ... Leider die Klappe ist es gut, wenn es nur ein bisschen ... Eine bessere Geschicklichkeit, super, wieder ein, hat er geschafft. Viel Spaß für den Yummy Green. Ja, Leute, die Gästen hier, ein bisschen Geschicklichkeit ist gefragt. Wie nur in der Hustelle. Eine bessere Geschicklichkeit, Butterflip Challenge. Dreht sich die Flasche einmal auf sich selbst und bleibt dann auf dem Boden stehen, dann kriegt ihr ein Yummy Drink to go. So einfach ist das. Lass einfach mal hier vorkommen und mit ausprobieren, das ist eine ganz einfach schnelle Geschichte. Wir haben hier fleißige Versuche. Ich weiß nicht, sollen wir noch einen vierten mit ins Rennen nehmen? Habt ihr das im Griff? Hat das geschafft? Ja, super! Viel Spaß! Prima gemacht. So, die nächsten hier. Das ist eine Bodenslip-Challenge, Leute. Kommt vor und probiert einfach euer Glück. Die Sasche muss sich einmal drehen und muss dann wieder auf dem Boden stehen bleiben.